So Leute, ich mache jetzt einfach mal ein ganz spontanes Video, wie man mit der Switch am einfachsten streamen kann. Einige wissen vielleicht, ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man mit der Switch streamen kann. Das Problem war, da habe ich meinen Weg gezeigt, wie ich mit der Switch streame und das war nicht der einfachste Weg. Und heute zeige ich euch den einfachsten, mir bekannten Weg, wie man mit der Switch streamen kann. So, und dazu braucht man zwei Sachen. Zwei Sachen. Einmal braucht ihr eure Switch natürlich, die steckt ihr in die Dockingstation rein und steckt das HDMI-Kabel dran, was ihr normalerweise dann in euren Fernseher oder PC-Monitor oder was auch immer reinstecken würdet. Das braucht ihr. Und dann braucht ihr eine Capture-Card. Da ist es egal, welche Capture-Card ihr habt, wichtig ist nur, dass sie keine Verzögerung beim Aufnehmen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Verzögerung beim Aufnehmen. Bei Elgato zum Beispiel heißt das, glaube ich, Game Instant View oder irgendwie sowas. Darauf müsst ihr immer achten, dass das keine Verzögerung hat. So, dann nehmt ihr dieses HDMI-Kabel, was normalerweise in euren Monitor, Fernseher, was auch immer, reingeht und steckt das Ganze in eure Capture-Karte rein. Hier ist so ein HDMI-Anschluss. Und steckt ihr einfach rein. Und das steckt ihr, das ist ein USB-Anschluss, den steckt ihr einfach ganz normal in einen USB-3.0-Port. Bei mir ist das, glaube ich. Steckt ihr einfach rein. Moment. So, ganz einfach reingesteckt und jetzt wechsle ich mal die Szene. So, wir sind jetzt mal hier in OBS Studio drin. Das ist meine Streaming-Software, die ich verwende. Und ich werde das jetzt einfach mal an dem Beispiel hier zeigen, weil ich sie eben auch selber verwende. Und ich habe schon mal eine Szene erstellt. Das ist ganz einfach. Wenn ihr das selber machen wollt, drückt ihr einfach auf das Plus, gebt einen Namen ein, fertig ist. Ich habe nur schon mal eine Szene erstellt, weil ich gerade mein Aufnahmeprogramm selber filmen muss. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen habe ich schon eine Szene erstellt, wo ein paar Sachen drin sind. Also, wundert euch nicht. Hier zum Beispiel die Webcam und so weiter. So. Aber jetzt, was ihr machen müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr drückt einfach hier auf dieses Plus drauf. Dann auf Videoaufnahmegerät. Dann drückt ihr hier auch einfach auf OK. Und dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr eure Capture Card auswählen könnt. Bei mir, ich habe ein paar mehr Capture Cards, aber ich wähle jetzt einfach mal die neue, eben angeschlossene Capture Card aus. Das ist die Cam Link 4K. So, jetzt wähle ich die aus. Ihr seht kurz einen schwarzen Bildschirm, weil ich das Fenster erst mal klein ziehen muss, damit ihr das seht. So, das hier ist jetzt unsere Aufnahme von unserer Capture Card. Und jetzt mache ich unsere Switch einfach mal an. Drücke hier auf den Knopf. Und jetzt müsste, ja, jetzt haben wir unsere Switch im Aufnahmeprogramm drin. Perfekt. Jetzt können wir uns das hier großziehen, wie wir wollen. Und fertig ist die Sache. Ganz einfach. So. Jetzt haben wir das Ganze eingestellt. Das Problem ist allerdings, wir sehen jetzt zwar das Bild, aber wir hören noch keinen Ton. So. Und dafür ist es ganz wichtig, ich zeige euch das einfach mal. Ich nehme jetzt mal die Controller ab. Wichtig ist, ihr könnt nur ohne Controller, beziehungsweise ihr könnt die Controller nicht an der Switch dran lassen, sondern ihr müsst sie immer abnehmen. Weil während die Switch in der Dockingstation ist, könnt ihr natürlich nicht die Controller benutzen. Und ich nehme die Controller jetzt einfach mal in mein Dingens hier rein. So. Und jetzt hat man keinen Ton. Was ihr jetzt machen müsst, ist ganz einfach. Also ihr hättet jetzt auf der Aufnahme Ton und der Stream hätte auch Ton an der Stelle. Das Ding ist aber, ihr wollt ja, wenn ihr zockt, selber auch den Ton hören. So. Und da müsst ihr jetzt einfach auf dieses Zahnrad hier gehen. Moment, bei Videoaufnahmegerät. Und dann geht ihr auf erweiterte Audio-Eigenschaften. Dann nehmt ihr wieder hier das Videoaufnahmegerät. Das ist ja unsere Switch. Und dann macht ihr hier Monitor und Ausgabe. Das bedeutet, dass der Sound, ihr seht das jetzt, wenn ich hier den Controller ein bisschen bewege, nach links und rechts gehe, dass der Sound auch auf eure Kopfhörer wiedergegeben wird. Und nicht nur im Stream zu sehen. Normalerweise ist es nur im Stream zu sehen. So habt ihr den Sound auch auf den Kopfhörern. Und jetzt könnt ihr ganz normal auf eurem PC, wo ihr mit der Switch streamt, könnt ihr ganz normal das Bild sehen von der Switch, so wie ihr es gerade seht. Und dann auf dem Monitor in eurem Streaming-Programm quasi zocken. Das heißt, ihr seht das, was der Stream auch seht. Das einzige Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt Overlays drüber habt, zum Beispiel eine Facecam oder so, dann kann es sein, dass ihr Teile vom Bildschirm nicht seht, nämlich da, wo die Facecam drüber ist. Was ich aber eigentlich gar nicht als Nachteil empfinde unbedingt, weil man dadurch immer direkt sieht, was der Stream auch sehen würde. Das bedeutet, wenn die Facecam irgendwas Wichtiges verdeckt, dann verdeckt sie das für den Stream ja auch. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Und so könnt ihr einfach nur mit der Capture Card rein, mit einer Capture Card, könnt ihr mit der Switch streamen und gleichzeitig zocken mit Sound. Das ist für mich die einfachste Variante, wie man mit der Switch streamen kann. So Leute, ich habe gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich gar nicht gezeigt habe, wie man dann tatsächlich streamt. Um tatsächlich zu streamen, müsst ihr einfach auf eure Einstellung gehen. Dann geht ihr hier drauf, ich ziehe das Fenster mal klein, damit ihr das auch seht, wieder ein bisschen umständlich, wie ich es euch zeigen muss hier. Dann geht ihr auf Stream und dann wählt ihr hier eure Streaming-Plattform aus, Twitch, YouTube, was auch immer. Und dann müsst ihr hier euren Streaming-Schlüssel eintragen. Das, den bekommt ihr auf der jeweiligen Plattform, wenn ihr einen Account habt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den bekommt, googelt das, das findet ihr mega einfach. Sonst, ich will jetzt nicht das Video sprengen. Und da tragt ihr den Streaming-Schlüssel ein und dann müsst ihr eigentlich nur noch auf Streaming starten gehen und dann sollte das Ganze laufen. So, ich hoffe, es ist alles klar geworden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, dann tut es mir leid und seid bitte nicht wütend. Jeder macht Fehler. Ich habe mir Mühe gegeben und fragt einfach in den Kommentaren. Ich werde mir Mühe geben, dass ich das auch beantworte. Habe ich beim letzten Video auch schon gemacht. Und ja, das war es dann. Ich will nicht mehr so viel reden. Macht's gut und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.